. . . . . . . . Es ist immer schwierig. Ich weiß, ich habe die Vorgaben von Schaffhausen. Ich habe die Gefühl, dass St. Gallen das Spiel übernimmt. Ich glaube, sie müssen noch viel spielen. Einmal, ein Moment gestanden. Und der Herzschlaggalle ist bereit. Wir haben natürlich viele Spieler, die auch Erfahrungen haben. Auch in den vergangenen Saison. Auf Super-League-Niveau. . 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 Geht laut! Sieht nur die Barren. Sieht auch, wenn Sie auf der... ...kriegen Sie den Ball. Ich weiß nicht, wie es... ...nach würde ich hier... ...nach würde ich... Die Frage war die Verteidigung, das heisst man hat die Verteidigung massiert und das ist die Frage, wenn man in den letzten paar Minuten noch einmal rauskommt. Wahrscheinlich hat es wieder den Bittenball, der Weller hat sich an den Boden erboten, aber es ist der Merenda. Jetzt schafft Ronald Smith. Das ist ein Stuttgart. Ich habe die Verteidigung gesetzt, aber ich habe den Spieler sicher noch ein Ladespiel zu machen. Von vorne sind sehr fähig und voll zu halten. Und alle Mannschaften sind sehr fähig und voll zu halten. Aber ja, das sind ein paar Spieler, aber das ist gut. Wir haben die Verteidigung, die wir nicht haben, die wir nicht haben. Wir haben die Verteidigung, die wir nicht haben, die wir nicht haben. Aber es ist eine Diskussion, die wir nicht haben, die wir nicht haben. Heute, vor allem in der ersten Ball, der erste wilde Garten war eine gute Option. Jetzt sind die Verteidigung, die wir nicht haben, die wir nicht haben. Wie wir nicht haben, die wir nicht haben. Ja, das ist eigentlich die Spitzeführer. Das ist ein FG-Gay-Gay-Kon. Das ist ein Missverständnis. Der FC wird etwas unterbinden, aber auch hier ist doch noch ein bisschen ein Verbinderbeierreise. Der FC wird natürlich ein bisschen öffnen, heisst der FC wird ein bisschen gespielt. Bödschaft aussichten mit den dickeren Chancen. Die Möglichkeit zum Schub. Alle ein Begriff sein und der FC Bayern München hier also in der Schweiz bei seinem ersten ernsthaften Freundschaftstestspiel. Die Geschichte in Hongkong, die haken hier mal ab, da waren Luca Toni und Ribéry noch im Jahr. Ribéry, Luca Toni. Auf den Trainingszeiten nicht, wegen der Freundschaftsspiele. Gestern gab es drei Trainingseinheiten, sagte Ottmar Hitzfeld. Ganz harte Nummer, heute Morgen noch eine. Und deswegen 10-Saison für den Rekordmeister. Los, ey. Herr, im 11-0-System. Mal gucken, was die Eidgenossen draufhaben. Zwische, die Spitzigkeit. Ribéry, schön, Toni. Schöner Pass direkt von Ribéry auf Klose. Die Spitzigkeit. Vielen Dank.